Und ich sage hallo und ein ganz ganz herzliches Willkommen zurück zu einem neuen Part Risen 3. Ja, wir sind hier in... wir haben uns eigentlich ins Bett gelegt, weil ich ein Schläfchen machen wollte. Ich hatte eine Mission, dass ich ein Schläfchen machen soll. Und jetzt sind wir hier, guck mal, total freaky in der Schattenwelt. Hier haben wir auch keine Waffen. Seelenstaub. Einmal Seelenstaub erhalten, okay. Den nehme ich mal mit. Ich weiß aber nicht so genau, was das hier so jetzt soll und was das bedeutet, bin ich... Das ist bestimmt diese Parallelwelt hier. Und... Ja, wir gucken einfach mal. Oh, da liegt noch mehr Seelenstaub hier, guck mal. Wie episch das ist, ne? Ähm, schönen guten Tag, wer bist du? Äh, ich hab's gewusst. Jetzt quatscht er mich auch noch an. Was zum Henker ist hier los? Jetzt sag bloß, du bist überrascht. Äh, Moment mal, ich... Es ist immer das Gleiche mit euch Neulingen. Erst völlige Orientierungslosigkeit. Dann kommt die Phase des Nicht-Wahrhaben-Wollens. Schließlich kommt die der völligen Verzweiflung und des Wahnsinns. Aber ich kann dich beruhigen. Wenn sich bei dir in der Ewigkeit die totale Gleichgültigkeit entsteht, merkst du nicht mehr allzu viel davon. Ähm, wo sind wir hier? Wo sind wir hier? Das willst du doch gar nicht wissen, glaub mir. Zu viele Fragen werden dich nur noch schneller in den Wahnsinn treiben. Ähm, was tue ich hier? Ich gehöre hier nicht hin, doch ich will es wissen, also sprich schon. Doch, ich will es wissen, also sprich schon. Du kannst die Wahrheit doch gar nicht vertragen, doch. Das musst du mir schon überlassen. Muss ich dich erst zwingen, zu antworten? Du beginnst den alten Mendossa zu langweilen. Such dir jemand anderen, dem du deine dämlichen Fragen stellen kannst. Ich muss nun gehen. Halt, warte! Oh Mann, was für ein Albtraum. Ich brauche dringend Hilfe, sonst werde ich noch wahnsinnig. Bones ist doch mein Arzt. Vielleicht hat er was für mich. Ah ja, na, ich renne nicht. Ich geh doch jetzt nicht zu Bones zurück. Fusel. Kann ich da hier die Sachen einfach... Ach so, bis zum nächsten Morgen schlafen, bis Mitternacht schlafen. Ah, das ist ja cool, okay. Ähm, jetzt gar nicht. Jetzt, ähm, will ich mich hier erst noch ein bisschen umschauen. Okay. Das ist ja freaky. Und ich kann ja auch mit Kuh, ne? Kann ich hier... Guck mal, da kann ich mich jetzt hinzuhören. Wie geil ist das denn? Und dann sitze ich hier, als Geist in der Gegend rum, okay. Ähm, kann ich auch wieder aufstehen, oder? Hallo? Ja. Apfel. Aufnehmen. Voodoo-Puppe. Ja, nehme ich auch mit. Ach, da ist ein Papageienflug drin gewesen, siehst du? Die Truhe ist zu. Ich brauche einen Dietrich. Ach so, ja, nee, das... Ja, okay, alles klar. Ein Teleportstein. Nein. Also, wir kommen jetzt mal hier wieder in die normale Welt hinein. Guck mal, ein Löffel. Ah, nein, ich will nicht schlafen. Ich wollte nicht das Bett aussuchen. Entschuldigung. Okay. Ich meine, ich räume jetzt hier einfach die Hütte aus. Das ist halt auch eigentlich nicht nett, ne? Aber, ja, puh. Kann ich auch nicht ändern. So, was haben wir hier denn? Eine Bank? Da kann ich mich wahrscheinlich hinsetzen. Okay, ja. Da kann ich mich hinsetzen. Okay, da wächst noch so eine Pflanze hier, die man mitnehmen kann. Was ist denn ein... Ach, hier ist noch ein Messer und ein Rohr Fisch und ein Krug und noch ein Messer. Was ist denn ein Teleportstein? Ähm, ein Truthahn. Okay. Was haben wir hier noch? Noch ein Truthahn. Irgendwelche Löffel. Das lasse ich mal da. Ja, ähm, ich will jetzt noch mal gucken, was ist denn ein Teleportstein? Feuerblume. Bam, 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 bam. Na, ich hätte gedacht, da vielleicht unter Magie wahrscheinlich. Ne, auch nicht. Plunder wird's ja nicht sein. Ne, Kugelschatulle. Ähm, Bergkristall. Teleportstein. Dieser Stein trägt seltsame Schriftzeiten, gehört scheinbar in irgendeine Art von Fassung. Das heißt, das kann man wahrscheinlich wieder irgendwie kombinieren oder so. Okay. Ja, gut. Leertaste zum Klettern. Wo kann ich denn da hinklettern? Aufs Dach? Was soll ich da denn? Na gut. Ein Knochen. Und Gold. Und eine Banane. Und noch mehr Gold. Was macht das hier oben? Und ein Goldsack auch noch. Warum ist das auf dem Dach? Das macht doch keinen Sinn. Na gut, egal. Können wir wieder runterklettern. Oh, das tat ein bisschen weh. Okay. Achso, hier können wir gleich hier unser, ähm, den Fisch nochmal braten. So. Können wir auch gleich was von essen von unserem Proviant, nachdem wir ja so toll abgestürzt sind jetzt hier. So. So, was seid ihr denn hier überhaupt für welche? Komm mal gucken. Kannst ja selber mal versuchen, an dem... Na, wen haben wir denn da? Ein neues Gesicht auf der Insel. Willkommen am Abgrund zur Hölle. Dem besten Platz, an dem man momentan sein kann. Ähm... Ist das dein Ernst? Tut mir leid. Ich bin wohl schon zu lange hier. Bei der ganzen Scheiße, die hier passiert, hilft nur noch Galgenhumor. Kannst du mir etwas beibringen? Kannst du mir etwas beibringen? Mal sehen. Schleichen, bewege dich lautlos. Ah, ah, okay. Panzerknacker lernen, 500 Gold, Fingerfertigkeit 30, hab ich natürlich noch nicht. Meisterdieb lernen, Zähne ziehen lernen, Hörner nehmen lernen. Zurück. Du kannst Monstern die Hörner nehmen. Du kannst Monstern die Zähne ziehen. Taschendiebstahl steigert sich. Kein Schloss ist vor deinen geschickten Fingern sicher. Dein Schlösserknackentalent steigt. Schleichen lernen, okay. Bring mir bei, wie ich gut schleichen kann. Kopf tief halten, hinter Sachen verstecken und auf keinen Ast treten. Achte immer darauf, wo du hinläufst. Aber schwieriger ist es, nicht gesehen zu werden. Also bist du am besten nachts unterwegs, wenn alle schlafen. Allerdings ist nachts auch weniger Lärm und man hört dich leichter. Okay, aber wie... Ah, okay. So, jetzt pass mal auf. Jetzt gehen wir mal zurück. Ähm... Jetzt... Ah, Steuerung links schleichen. Okay. Für so ein Kram habe ich keine... Ah, guck mal, cool. Jetzt kann ich mich schleichen. Ach so, ähm, das behält er dann auch. Den Fisch nehmen wir mal mit. Und wenn ich's nochmal drück, dann bin ich wieder raus aus dem Schleichen. Das ist ja cool. Okay, was ist denn hier mit dem Glend? Ähm, warum behaltet ihr nicht euren Fisch? Warum freust du dich nicht darüber? Warum freust du dich nicht darüber? Wir haben gerade mal genug Fisch für uns selbst und ein bisschen Überschuss zum Verkaufen. Aber wir können die Menschen doch nicht verhungern lassen. Besonders jetzt, wo sie auf uns angewiesen sind. Wenn hier nur nicht alles den Bach runtergehen würde. Ähm... Ah, ich könnte jetzt Taschendiebstahl bei dem machen. Okay, nee, das will ich natürlich nicht. Der hat eh nichts. Warum bist du da nicht fischen? Okay, dann beende ich das Gespräch. Ich gehe bald zurück zur Zitadelle. Nächstes Mal habt ihr... Ich spreche mit dem Nate nochmal. Wie ist die Lage in diesem Teil der Welt? Wie ist die Lage in diesem Teil der Welt? Verheerend. Die Schatten sind auf dem Vormarsch und hier sterben alle wie die Fliegen. Als Totengräber wirst du hier genau richtig, mein Freund. Arbeit liegt hier genug auf dem Boden herum. Ich schätze mal, da wird auch viel geplündert. Ich schätze, da wird auch viel geplündert. Du bist ein ganz schlauer Was. Wo Chaos herrscht und Menschen verschwinden, Dort wird immer etwas zurückgelassen. Wir Dämonenjäger können nicht überall sein, um zu verhindern, dass die Toten geplündert werden. Ähm, okay. Was machst du hier bei den Fischern? Was machst du hier bei den Fischern? Ich bin hier, um Fisch für uns zu holen. Wer ist uns? Na, zu uns Dämonenjägern natürlich. In die Zitadelle hinten am Horizont. Aber diese armen Fischer hat es ebenfalls hart erwischt. Kommen kaum zum Fischen bei dem ganzen Stress hier. Kein Wunder, dass sie wenig Fische für uns Krieger zu verkaufen haben. Ähm, warum hilfst du ihnen nicht? Kann dir doch egal sein. Warum hilfst du ihnen nicht? Warum hilfst du ihnen nicht? Wir Dämonenjäger schlagen uns schon mit den Schatten und anderer übler Brut herum. Wir können einfach nicht überall sein. Ich bin auf Patrouille und muss auch bald wieder zurück. Für die Probleme der Fischer bleibt da wenig Zeit. So wie es aussieht, werde ich wohl ohne den Fisch zur Zitadelle zurück müssen. Ich könnte dich mitnehmen, wenn du willst. Ah ja, bitte. Das wäre ganz cool. Nimm mich mit. Alles klar. Sag mir Bescheid, wenn du aufbrechen willst. Und wenn du doch noch ein paar hohe Fische findest, würde ich sie dir zu einem sehr guten Preis abkaufen. Ich habe allerdings kein Gold bei mir, also können wir erst ins Geschäft kommen, wenn ich wieder an der Zitadelle bin. Alles klar. Okay, ähm, dann gucken wir uns jetzt hier noch ein bisschen um. Du kannst es ja mal bei den Höfen versuchen. Das ist doch alles scheiße. Jetzt habe ich natürlich die meisten rohen Fische schon gebraten, ne? Weil, ach da ist noch einer, guck mal. Da ist auch noch ein Appel. Und was haben wir hier denn? Eine Ente, die wollen wir aber nicht umbringen. Eine Bank, da wollen wir uns auch nicht draufsetzen. Ein Bett. Ne, schlafen wollen wir nicht. Diese komische Pflanze hier will ich schon noch nehmen. Da ist noch ein Fisch. Ach, da unten. Ich wollte gerade sagen, irgendwo Grundstand 4. Das ist da unten, okay. Ist das Schwert besser als das, was ich habe? Ausrüstung, rechte Hand. 20 bis 25 Stichwaffen, Schaden. Ja, beeinflusst Schaden. Diese gut aus, wenn wir bei Duellen verwendet. Schwerter plus 5. Ach so, macht 15 bis 30 Schaden. Du solltest dir bald mal eine neue. Okay, ja, dann nehmen wir das. Alles klar. Okay. Ne, die Bank brauchen wir auch nicht. Da ist noch... Ah, na, ich habe gedacht, den Pilz könnte man einsammeln, aber... Ne, leider nein. So, jetzt gehen wir hier noch rein. Ach, gemein eigentlich, ne? Das Aus... Die Ausraum, die haben eh schon nichts, aber... Ja gut, so ist das. Piraten der Neuzeit. Kapitän Finch wollte unter allen Umständen verhindern, dass ein Unwürdiger seinen Platz einnimmt. Also versteckte er vor seinem Tode seine berüchtigte Piratenflagge an einem gefährlichen Ort. Zuletzt soll er auf Kila, in der Nähe eines eingeborenen Dorfes, gesehen worden sein. Das reicht mir. Ah, neue Missionen, okay. Oh Gott, wir werden so viel zu tun haben. Ja, der kann ja pennen. Guck mal, den Fussel nehmen wir aber mit. Die Truhe ist dicht. Da bräuchten wir einen Dietrich. Was sollen wir mit der Gabel und dem Löffel? Können wir uns auch sparen? Okay. Ja, die Ente. Da ist das Lagerfeuer. Wir braten jetzt die Fische natürlich nicht. Ja, das soll ein Dorf sein. Was ist das? Das sind drei Häuser. Mann, oh. Was soll das heißen? Keine Fische. Es tut mir ja leid, aber du hast doch gehört, was ich gesagt habe. Vielleicht finden wir da noch irgendwie... Wir werden hier nichts weiter finden. Das sind nur die drei Häuser hier. Okay, das ist natürlich nicht viel. Verdammter Mist. Was soll ich den anderen denn erzählen? Ja, genau. Du kannst ja selber mal versuchen, an dem Strand was zu fangen. Für so ein Kram habe ich keine Zeit. Ich gehe bald zurück zu... Ja, ähm... Hier war auch kein... Nee, guck mal. Löffel. Nee, hier waren keine Fische weiter, ne? Ach, da ist noch ein Fisch. Guck mal. Geh mal weg, du Truthahn. Ich will den Fisch hier nehmen. Oh, da liegt da noch ein Apfel. Okay. Naja, alles klar. Dann würde ich sagen... Ist das nicht ein ganzer Eimer mit Fischen hier? Guck mal. Aber den kann ich nicht mitnehmen. Schade. Okay. Das wäre ja auch zu schön gewesen. Hier haben wir alles mitgenommen. Hier konnte ich nicht drauf gucken, ne? Nee. Schade. Alles klar. Ja, ja dann... Auf zur Zitadelle. Klingt doch eigentlich nach einem ganz guten Plan soweit, ne? Würde ich sagen. Okay. Lass uns zur Zitadelle gehen. Lass uns zur Zitadelle gehen. Du hast nicht zufällig etwas Fisch dabei? Zehn Stück würden schon reichen. Nein, ich habe keinen Fisch. Ohne Fisch aufbrechen. Zurück. Ende. Wie viele Fische habe ich denn? Soll ich mal gucken? Komm, ich gucke mal. Wie viele Fische habe ich denn? Rohrfisch 4. Das heißt, da fehlen uns noch 6. Dann, ähm... Ja, würde ich sagen. Machen wir jetzt hier einen Break. Und, ähm... Gucken uns dann im nächsten Part hier noch ein bisschen... Wo gehst du nur hin? Nee, ich will hier... Lass uns zur Zitadelle gehen. Du hast nicht zufällig etwas Fisch dabei? Zehn Stück würden... Nicht, dass der hier nachher abhaut. Ohne mich, ne? Nein, ich habe keinen Fisch. Nein, ich habe keinen Fisch. Das ist schlecht. Aber da kann man nichts machen. Folge mir. Wir haben einen ganz schönen Weg für uns. Ach so. Ich hoffe, du kannst gut mit deiner Waffe umgehen. Oh Gott. Ja, das hoffe ich doch auch mal. Ähm... Ich habe ja gedacht. Aber habe ich wohl falsch gedacht? Ja, dann gehen wir mal... Oh, warte. Hier liegen Bären. Die will ich noch mitnehmen. Hallo? Wo läufst du hin? Weiter! Ja, doch. Stress mich nicht. Da sind auch noch Pilze. Nee, die kann ich nicht einsammeln. Ach, der bleibt dann aber stehen hier. Guck. Weiter geht's. Das ist doch gut. Das ist doch super. Alles klar. Ja, weiter geht's. Ja, aber pass auf. Es geht hier wirklich erst weiter. Im nächsten Teil. Ich danke jetzt wie immer sehr, sehr, sehr fürs Zuschauen. Freue mich, dass ihr dabei gewesen seid. Würde mich natürlich auch freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder einschaltet. Dann geht's weiter Richtung Zitadelle. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit und sage Tschau, Tschau. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit.